Norddeutscher Rundfunk 2021 Ich mag meine Mutter. Sie ist nicht so wie andere Mütter. Meine Mutter spielt viel Tennis. Auch mit einer Flasche Wodka in Dus hat sie noch die Vereinsmeisterschaften gewonnen. Psycho! Danke, es reicht. Wir haben einen neuen Mitschüler. Sein Name ist André Chica. Check. Ist der geklaut? Nein, ist nur geliehen. Stell dich nachher wieder zurück. Ich bin erst 14, man. Strafe mir nichts mal mit 15. Mit 14 bist du auf jeden Fall strafen. Ich dachte mit 15. Mit 14. Ja! Das ist geil! Ja! Das ist nicht die Pisser. Wie alt seid ihr denn hier ungescheiße? Du hast Konservendosen mitgenommen, aber keinen Öffner? Was hast du denn dabei? Tiefkürpizze. Hast du auch in Rumpen gedacht? Ohne Sinn. Ja! Wo war ich eigentlich hin? In die Wallachoy. Das ist genau meine Richtung! Hast du schon mal gefakt? Was? Wahnsinn. Stehen da, du hab' ich gesagt! Ahhhh! Ahhhh! Ahhhhhhhh! Ahhhh! Kevin Courany! Du siehst aus wie ein 14-jähriger mit Isolierwärm in der Fresse. So ist gut! Ahhhh! Können wir einfach ein anderes Auto klauen? Ich bekündig jedes Mal, wenn Sprit alles, ein neues Auto klauen! Untertitelung des ZDF, 2020